Hallo und willkommen hier wieder zu einem Deckprofil zu Weiss-Schwarz und zwar zu grünen Karten und zwar zum Beispiel die Levi-Einheitstruppen und so weiter und hier einmal mit Revolutionists, nochmal Revolutionists, Blated Rands Despair, Standball for Full Scale Assault, Special Operations Squad, Special Operations Squad und Truth sowie The Wings of Freedom. So, dann haben wir die Level Nuller, hier den Member of Levi Squad Gunther, der Gunther ist da, der Gunther sein Effekt ist, wenn man den Humanity Strongest Soldier Levi, der bekommt 1000 Power dazu und wenn man einen anderen Member of Levi Squad Eld besitzt, bekommen alle Charaktere, die was man hat, besitzt plus ein Level. Und das ist hier der Member of Levi Squad Eld, und der Levi bekommt hier ebenfalls wieder 1000 und wenn man Gunther hat, bekommen alle Korpscharakter plus 500 noch dazu. Dann habe ich hier einmal noch die Gentle Smile Petra, dann einmal den Violent Ripples Levi, da bekommen alle Korpscharakter 500 Power und wenn diese Karte von der Hand auf das Feld gekommen ist, darf man einen Charakter vom Gegner in der Center Stage wählen und dieser bekommt minus 1000 Power bis zum Ende der Runde. Dann haben wir hier noch Scout Regiment Captain Levi, wenn diese Karte einem Monster mit Level 3 oder höher gegenüber tritt, bekommt er 7500 Power dazu. Das ist heftig, ein Zehntausender einfach so, zack und geht schon. Dann haben wir hier einmal Under the Line Breath Erwin und alle anderen Charaktere in der Mittelposition auf der Center Stage mit Levi oder Erwin im Namen, bekommen plus ein Level und 1000 Power. Dann hat er auch noch ein Brainstorm, der Brainstorm-Effekt ist, man kann auch wieder vier Karten vom Deck hervorzeigen und für jeden Climax darf man einen Korpscharakter in die Hand nehmen. Dann haben wir hier zweimal den Veteran Scout Gelga und wenn man einen Veteran Scout Nanabar hat, bekommt diese 3000 Power dazu, dann hat er 4500, auch sehr gut eingeführt, Level 0, das ist die Nanabar und wenn man einen Gelga hat, bekommt sie 1000 dazu, also 7500, aber alle anderen Korpscharakter, also alle anderen Level 0 oder weniger, okay, bekommen plus 1000 Power noch dazu. So, dann haben wir noch einen Level 0er, die Number 1 Oddball Hench und nun kommen wir zu einem Level 1er, den Member of Levi Squad, Oro. Wenn man den Lewy in der Waffenfelder bekommt, bekommt er 2000 Power dazu, also der gehört eigentlich zu den Gunter und den Eld dazu, weil der Lewy wird ja noch mehr verstärkt mit plus 2000 und wenn man die Petra noch hat, bekommen, bekommt er in der Mitte von der Centerstützen nochmal 1500 dazu und das ist die Petra, da habe ich glaube ich nur eine, da bekommt der Lewy wieder plus 2000, das wäre schon 1000, 2000, dann 4000, 6000 bekommt der Lewy schon dazu und wenn man den Orool hat, bekommt er in der mittleren Position ein Auto-Encore und man muss einfach nur einen Charakter von der Hand in den Rating Room schicken. Und hier ist der Humanity Stronger Soldier, Lewy mit 5500, er würde 6000 mehr dazu bekommen, hätte er 11500, wenn man die anderen 4 hätte und den sein Effekt ist, wenn der in der mittleren Position ist an der Centerstütze, ich bekomme dann nochmal 2000 zu, hat er 8000 plus schon mal, sind es schon mal 3500. Und wenn eine Karte Special Operation Squad in der Climax Area ist und diese Karte in der Center Stage kann man die Kosten zahlen, also eine Karte von der Hand in den Rating Room schicken und eine Charakter von der Stage in den Rating Room schicken und man darf dann bis zu einem Karten Namen, Member of Lewy Squad Euro, eine Member of Lewy Squad Petra, eine Member of Lewy Squad Eld und eine Member of Lewy Squad Gunther in den Rating Room auswählen und sie aufs Feld schicken. Also man kann 4 Karten dann einfach nochmal so aufs Feld schicken und man boostet ihn dann seinen kompletten, auf der seine 3500 einfach dazu. Das ist so eine richtige Comeback-Karte sozusagen. Dann haben wir hier Biological Research, man kann da einfach ein paar suchen. Dann Cool Personality Levi, wenn diese Karte aufs Feld gelegt wird, bekommt sie x Power und x ist 500 mal der Number of Cops Characters, die man hat, also bis zu 2000 oder 7000 ist nicht so schlecht, ist auch sehr stark. Dann haben wir auch noch Under the Dying Breath Levi, wenn man eine andere, also wenn der angreift und man hat einen anderen Levi, der Handschel Erwin in Karten, dann bekommt er 3000 Power dazu, hat er 6500 und wenn diese Karte ein Gears Monster wirklich K.O. macht, also so, zack, dann darf man eine Karte ziehen und eine Karte in der Hand wählen und diese in den Rating Room schicken. Dann noch zwei Joseys Freedom Erwin, diese bekommt 500 für jeder anderen Cops Charakter, also kann er bis 7500 haben und in der Runde kann man diese Karte in der Center Stage, also wenn diese Karte in der Center Stage ist, man kann die Kosten zahlen, also einen Cops Charakter mit der Hand auf den Rating Room schicken und einen Stock bezahlen. Wenn man das macht, kann man einen Schaden dem Gegner zufügen. Dann haben wir hier noch Addefinite Staff Henge, diese Karte bekommt er einfach 2000, bis zum Ende der Runde hat 7000 für den Anfang auch nicht so schlecht. Dann haben wir hier noch Out-of-the-Wall-Research Erwin, hat einfach einen R-Conner mit einem Charakter von der Hand auf den Rating Room legen. Dann hier noch einen 1a1 Untitledying Breath Mieke, der kann nicht Zeit attacken und er hat Encore ebenfalls wieder, vom Deck aber in den Clock rein. Dann hier noch zu Level 2, der Beyond the Walls Levi, er bekommt Minus Level 1, wenn ich 4 oder mehr Charaktere in meiner Hand habe, das ist nämlich sehr gut auch dann eigentlich. Wenn alle anderen Charaktere Korps sind, also mehr Korps sind, dann bekommt er nochmal 1000 dazu und wenn diese Karte angreift, kann kein Spieler Backup einsetzen. Also mit 8000 kann er angreifen und geht schon, hat es Level 2, äh Level 1. Dann, als Soul Regiment kann man den Officer Erwin, er bekommt plus 1000, wenn in meinem Stock 5 oder mehr sind, also 5 oder mehr und Auto Encore. Wenn man 4 oder mehr Korps Charakter hat, kann man die oberste Karte von meinem Deck in meinen Stock legen, also wenn die auch von der Hand aufs Feld kommt und wenn diese Karte von Hand aufs Feld kommt, darf man die oberste Karte von meinem Deck anschauen. Und wenn das eine Karte 11.0 oder weniger Charakter ist, kann man diese Karte ebenfalls in den Stock legen. Dann haben wir hier Frank Disposition Hench. Alle anderen Korps Charakter bekommen 1000 Power dazu. Und wenn der Climax Truth da ist, kann man auch wieder Karten vom Deck her zeigen und nehmen und plus 3000 einen geben. Dann haben wir hier noch a Regressed or an irgendwas und wenn man keinen Korps Charakter hat, kann man diese Karte nicht einsetzen. Sonst darf man sich einen Korps Charakter suchen und auch wieder einen Charakter plus 3000 vielleicht geben lassen. Dann haben wir hier noch der Sunset on the Back Levi. Dann kommt 500 für jeden anderen Korps Charakter, also bis zu 2000 dazu, hat er 9000. Und wenn die Karte Revolution ist in der Climax Area, kann man das Deck durchsuchen nach einem Korps Charakter, es herzeigen und in die Hand nehmen. Dann noch zweimal Lesson. Man kann einen Korps Charakter auswählen. Diese Karte bekommt dann 4000 Power bis zu Ende der gegnerischen nächsten Runde. Und diese Karte wird dann in den Stock gelegt. Dann haben wir noch einen Communication Hench. Wenn diese Karte kämpft gegen ein Level 3er oder höher, bekommt sie 6000 Power dazu, hat sie 3000. Sehr gut, und Endcore hat sie auch wieder. Dann Cold Star Levi, also eine Backup Karte mit 3000er. Und man muss die obersten drei Karten vom Deck in den Void Emblem schicken. Und dann als Level 3er noch natürlich Silent Fury Levi. Der Effekt ist, wenn die Nummer von den Climax Karten im Manor Rating Room ist 2 oder weniger, dann bekommt diese Karte minus ein Level in der Hand. Das ist sehr gut, und wenn die Nummer von den anderen Korps Charakter ist 2 oder mehr, bekommt sie 1000 Power dazu. Und wenn diese Karte von der Hand auf das Feld kommt, darf man die oberste Clock Karte in den Void Emblem schicken. Ich hätte diese Karte zweimal, aber die zweite ist leider so mit der Unterschrift. Und die möchte ich nicht gerade spielen, sondern lieber in so einem Top-Loader aufbewahren und anschauen. Weil sie wäre gut, nochmal zu spielen, aber wie gesagt, ich möchte sie nicht da drinnen haben. Das war das Levi-Deck sozusagen. Da sind dann noch die anderen Decks und das Opening von dem Volume 2. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert mich, lasst ein Like hier, schreibt in den Kommentaren, was euch noch mehr gefallen würde. Und bis zum nächsten Mal.